Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Talk Camel. In diesem Video werde ich das Spiel Zero City spielen und bin auf der Jagd nach dem Ticket. Wie immer. Ciao, ciao. Okay, da sind wir schon wieder. Und wenn das Spiel nicht ausgeht, dann können wir jetzt das Spiel ist. Okay. Super. Super. Nee, das meine ich. Nicht draufdrücken. Nein, nein, nein. Hier habe ich 1.400. Warte mal erst mal schauen, was wir hier so verbessern können. Und das nicht. Und den auch nicht. Nee, auch nicht. Und über den Kühlraum. Ach, geht gar nicht. Nur die ersten beiden kann ich bauen. Speisesaal oder Chemielabor? Und dann über Schumi-Labor. Zack. Und dann mal gucken. Okay. Dann würde ich mir sagen. Fangen wir mal kurz an mit den Queste. Also hier steht, ich soll Kasernen verbessern. Das ist aber mir so teuer. Und die Werkstatt. Und die Werkstatt. Die beiden habe ich abgeholt. Ja, dann würden wir die noch haben. Dann machen wir gleich. Nein. Gleich, gleich, gleich. Wir müssen ja darauf gehen. Hier haben wir einmal Arena frei. Hier haben wir einmal Arena frei. Ich habe 414 Teilnahmetickets. Wann soll ich die denn benutzen? Wann soll ich die denn benutzen? Ja. 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 2 Spiele fehlen noch. 2 Spiele fehlen noch. lassen wir mal weiter suchen dann schaue ich mir mal ein paar gegner an ach den kann man angreifen sperren und angriff nächster gegner auch muss fünf gegner war noch das glaube ich angreifen die arena müsste jetzt im gange sein ne, noch nicht auch ein leichter gegner ne, noch nicht ne, noch nicht perfekt hm, ok, einmal abbrechen bis gleich ok, ich wollte neu starten allerdings ist das Ticket schon fertig dann sag mal, Dankeschön, wirst du schon ich würde mich freuen, wenn du nächstes Jahr dabei bist bis dann wünschst du euch viel Spaß Ticket auch holen so, und auf Wiedersehen tschau tschau